Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kerstin und heute machen wir vegane Bratäpfel. Heißen die Bratäpfel? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier meine Äpfel frisch vom Baum. Die haben wir jetzt Frost abbekommen. Die sind sehr groß, sehr schön. Also ich habe jetzt hier sehr viele unterschiedliche Größen. Ich habe jetzt auch meinen Ausstecher. Ich weiß noch nicht genau, ob ich alle sieben mache, aber ich glaube schon. Dafür brauchen wir für unsere Füllung, weil wir das Ganze ausgesteuert haben, 50 Gramm Rosinen und Marzipan. Ich habe jetzt Marzipan, 100 Gramm. Ich glaube, das müsste so hinkommen. Ich hoffe, es ist, ich glaube aber schon. Und als allererstes fangen wir an, unsere Äpfel auszustechen. Und jetzt habe ich das Brett vergessen. Ich brauche noch ein Brett dafür. Und unser Blech hole ich nachher raus. Und so haben wir jetzt unseren Apfelkern entfernt. Und da kommt später nämlich hier, kommt später nämlich die Füllung rein. Das machen wir jetzt bei allen. Das geht nicht so einfach, wie es vielleicht am Anfang aussah. Bei allen anderen sieht das immer einfacher aus. Jetzt hat es nicht mal richtig den Kern da rausgeholt. Das Gehäuse. So. Schon besser. Okay. So, jetzt brauchen wir eine Schüssel und ein Blech. Und als erstes packen wir jetzt mal die Äpfel aufs Blech. Der andere Apfel war leider befallen von irgendeinem Wurm. Deswegen konnte ich den jetzt nicht nehmen. Das ist aber auch nicht schlimm. So. In unsere Schüssel kommen unsere Rosinen. Und unser Marzipan. Ich weiß nicht, ob man das gut verkneten kann, aber ich versuche es mal. Sonst werde ich einfach solche Stücke abmachen und die hier reinstecken und dann die Rosinen zu geben. Aber als erstes ist es mal schön klein hier rein. Ich glaube, das ist dann leichter, das Ganze zu verarbeiten. Und ich habe im Hintergrund gesehen, ich habe das Licht angelassen. Oh, Raven. Und dann. Und dann. Hat ja ganz gut funktioniert. Das habe ich jetzt alles hier schön reingestopft. So sehen jetzt meine Äpfel aus. Ich habe den jetzt umgedreht, weil der die ganze Zeit umgefallen ist. Also mit der Seite, wo ein bisschen mehr rausguckt. Und das kommt jetzt bei 220 Grad für 30 Minuten in den Backofen. Und danach sind die auch schon fertig. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ach Katja, kannst du nicht einfach mal gehen? Dankeschön. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kerstin und heute machen wir Bratapfel. Als allererstes brauchen wir unsere Bosskörper. Also mit diesen Äpfeln. Ich weiß noch nicht genau.